Moin Leute, wir waren geladen zur Hamilton Premiere durch den Total Specs in Hamburg. Auf ging's mit dem Auto, Parkplatz in Hamburg kennt ihr ja, den Weg aber schlussendlich zur Veranstaltung gefunden. Da sind die schönen Tickets ab über den roten Teppich, war viel los gewesen, eine super tolle Show, auch ein paar Promis durften nicht fehlen, geiler Tag.